Hallo Gäste, mein Name ist Martin Letz und Ihr Kugelhut heißt Rick Frey. Wir sind heute Ihre Piloten. Ich freue mich, Sie im Namen der gesamten Kugelhutung bei uns an Bord von Jetpacker-Bruß zu dürfen. Wir haben bereits eine Stadtfeiger und wie Sie sich ja schon gemerkt haben, befinden wir uns auch bereits schon in der Standphase. Wir möchten Sie daher, sich in eine aufrichtige Besitzposition zu geben und zu sich festhalten. Die Grenzen stattdessen kommt wieder auf die Seite und die Flasche, die wir geistert, wie auch der Flasche und der Flasche, die wir heute hervorgehen wollen. Wir möchten Sie, 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 Sie! Wir brauchen Sie! Systemfehler, Startabflug. Reden Sie sich im Hand von Kinder und Computer zuerst. Oh, ich werde irren, weil es jetzt wieder los ist. Meine Interesse, überall Warnsignale, alles leuchtet. Ich werde noch irren mit dieser Altenkappe. Was haben die BW da für eine alte Bar hier hingestellt? Ich drehe durch. Okay, liebe Passagiere, alles zurück. Auf Anfang, wir müssen neu starten. Das System hat wieder mal automatisch abgebrochen. Boah, ich hasse Computer, das nix war weg. Aber mit das schweiß ich dir. So, alles resetten. Rick, bitte noch mal vollen Schub auf die Maschine 1 und 2. Okay, vollen Schub auf 1 und 2. Jetzt bitte vollen Schub auf alle Triebwerke. Okay, vollen Schub auf alle Triebwerke. Okay, vollen Schub auf alle Triebwerke. Ich bin so weit! 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 So, meine Freunde! Wir kommen zum zweiten Teil! Ich bin so weit! Jetzt geht's los! Ich bin so weit! Auf einen iteratezu! Ach oder? Wundern supuesto! Auf und auf und auf! Wenn ich so viel kann, ob ich so viel kann, wenn ich so viel kann! Ja, ja, ja. So, wir landen Wie also So, wir landen So, wir landen